und damit willkommen zu einem weiteren part von mario kart online mix heute mit jedi im discord hallo hallo und meinem schweigenden cousin der neben mir sitzt rechts im lokalen multiplayer mitspielt aber nicht spricht und ich hatte die letzten tage kein einziges mein gamepad in der hand das fühlt sich gerade sehr seltsam an und habe ich das gerade richtig gesehen wie die eine da vorne heißt mit namen ja jetzt habe ich kurz nach unten geguckt ne sah nämlich gerade sehr nach einem mir bekannten namen aus ist egal ist ein insider zuschauer wissen glaube ich worüber ich gerade rede wenn sie sehen nicht schlimm vielleicht ist es dann ja egal ist ein insider mein cousin schweigt immer noch drückt sein controller nach links und rechts läuft ja sehr gut bei ihm gerade neunter platz in der grammatik und analyse wird man jetzt sagen wir bilden den rahmen im rennen mit erster und letzter der grammatik nennt man das so wenn das erste und das letzte zum beispiel im gedicht wenn die erste letzte strophe gleich sind wenn man das rahmen und in diesem fall sind wir beide ja hier in der gleichen konsole und bilden den rahmen das ist humor für höher gebildete muss man nicht lustig finden ich weiß gerade absolut nicht was ich sagen soll und was hast du heute gegessen jenny na bei mir gab es noch gar nichts mehr doch nur real mit stecken das war es auch ich finde sehr lustig wenn man jetzt schon sieht aufgrund des split screens das jetzt gleich eine blaue auf mich zukommt weil mein cousin gerade die blau auf mich geworfen hat super und lächelt sich hier neben mir einen schlapp ist klar du sind doch halt familienmitglieder oder die machen doch auch alles was sie wollen gut dass wir nicht im saarland wohnen ähm warum ach Gott achter diesmal nicht so gut meine runde mhm seh ich auch so das muss okayer werden jenny hey sonst war ich vorhin in den runden die ich privat gespielt hab äh immer erster oder zweiter halten wir fest mein cousin guckt gerade irgendwie leicht genervt auf dem bildschirm und fragt sich was machen wir hier eigentlich aber naja kann man denke ich mal machen aber kein item kann man nicht mal machen ok ohne item auf dem ersten platz zu sein ist leicht lustig und glenn möchtest noch etwas sagen ich glaube er schweigt jetzt nur noch ja vorhin hat er sich nur aufgeregt als wir auf der switch gespielt haben weil jetzt sagt er gar nichts ich glaube ich glaube er möchte nicht dass seine stimme geleakt wird kannst du nicht in den stimmverzerrer reinpacken ja genau am gleichen mikrofon macht sinn ja ist blöd auch ich hasse es wenn jemand vor mir das item weg schnappt fährst du gerade mit dem gleichen kart wie ich ich hab doch gesagt ich weiß wie dein loadout ist auch ich bin grad ich bin grad so scheiße das heißt ja nicht dass es gleich fahren muss ich bin grad ganz dämlich runtergefallen welche hast du ich hab jetzt die leichten wie du ich hatte früher immer retro genutzt dann hab ich gemerkt ich kann damit gar nicht fahren aber retro ist beschleunigung ne nein auf was gehen die retro reifen denn in die gute frage nächste frage retro reifen war doch mal nicht sehr beschleunigend naja ist egal und weil ich da noch so ein unerfahrener spieler war hab ich gedacht ne mit denen kann ich nicht mehr fahren warum liegen hier vorne vier bananenschalen bitte ich glaub da hat nie wahrscheinlich hatte jemand ne triple banana und dann kam ein blitz weiße oh da kommt glaube ich mein lieblings item zu dir und ich bin so scheiße und guck gerade auf dem bildschirm von meinem cousin rüber und fahr gegen die wand super oh jetzt hat man dich gehört glaube ich verkackt die wahrheit ist neben mir sitzt gar keiner ich steuere nur beide controller gleichzeitig mit einer hand wahrscheinlich ja natürlich doch was dachtest du dir denn ernsthaft wieso geht der ich werfe die scheiß redshed aber die gehen nicht auf den vor mir ist so logisch ja klar gut immer noch zweiter geworden das passt du bist aber auch zurückgefallen habe ich jetzt gesehen ja weil mich zwei redshed penetriert haben ach die sind von mir gewesen die waren aber gar nicht für dich ach come on satz mit x das war wohl nix ja wortwörtlich satz mit x das war wohl nix russisches lied habe ich doch bei dir heute morgen im live stream erklärt erzählen also einen russischen kenne ich nur kalinka national natürlich also nationalhymne da gibt es ja ein paar keine daten bei was betät ist ja im englischen gesungen aber handelt eben von russland hihihi komm glenn ich will jetzt dass du nicht letzter wirst vorletzter muss schon dein ziel sein hier ich meine im lokalen multiplayer wurde sogar mal zweiter gegen normale cpu aber ich weiß nicht ob ich ihnen das glauben sollte dass er gehackt wurde deswegen sind seine stats im arsch jetzt natürlich doch kommt aber darauf an welches spiel auf der view glaube ich mal eher weniger oh er hat eine 8 ich glaube die hatte ich noch nicht einmal in diesem let's play aber ich finde die 8 nicht mal so overpowered wie die meisten klar man hat einen bobo und einen stern gleichzeitig aber naja ich fand irgendwie die 7 etwas besser ja ja klar nur bei 8 kam ja auch die münze dazu also sind fast identisch die items nur hm ok ok den letzten filz muss ich jetzt gut nutzen jetzt da kommt eine blue shell ja ich merke es aber ich habe jetzt keinen bock den anderen überhaupt ich war jetzt nicht mehr erster aber scheiß drauf ach man ich habe schon gesehen ich wollte aber irgendwie nicht abbremsen keine ahnung also mein finger war steif ja hinter mir ist ein weißer joshi white power regelt leider in dem fall hier nicht gleich nicht mehr ja fuck it doch wieso haben die hinter mir jetzt zwei red shells das war zufälligerweise ich oh ja gut aber ich bin dritter passt alter ich werde heute nur bestossen wie die hure so das wird jetzt spaß machen ich hoffe mal nochmal die wolkenstraße und grüße gehen einmal raus an oscar der auch mitspielt aber nicht in das kot dabei ist nein sonst wäre es zu voll mal wieder man kennt es ja scheiße ähm walui ok heute haben wir eine sehr gute strecken auswahl ne vier runden und doppeln sich sogar strecken bei irgendwie traurig natürlich in der luft mit der hupe ich hatte die hupe habe ich dich getroffen oder was äh möglich keine Ahnung ich bin gerade auf dem zehnten platz und damit vorletzt das ist traurig ach und oscar ist der weiße joshi was mein cousin ist vor mir das darf nicht passieren aber am Anfang wo ich jetzt mal kurz gekriegt jetzt muss ich mal kurz mit skill wieder nach vorne kommen dreie sekunden später bist du wieder erster platz ich kriege auf dem achten platz eine münze ich weiß dass man die auf jedem platz bekommen kann aber es ist leicht lächerlich ich glaube es hatte ich auch noch nicht auf der achten münze in mk8 normal in deluxe von mir aus wenn man dann das als zweite item oder so bekommt aber doch nicht hier wow ein pilz auf dem achten geil also ein team ist gerade auch auf meiner seite und er kriegt auf dem sechsten platz wie ich ja gerade sehe triple mushroom ja klar jetzt muss ich hier schön mit windschatten aufholen du hast jetzt aber noch einiges zu tun mit vorproduzieren oder ja geht das ist jetzt der letzte mk8 part also Mario Kart Online Mix Part den ich vorproduziere wenn nur zwei Splatoon Parts dann bin ich fertig mit den 14 Tagen tatsächlich mal da war ich mal nicht ganz so faul die vorigen Tage ich fahr grad so scheiße irgendwie bin ich gerade verdient nur auf dem sechsten aber trotzdem ist es traurig und dann kriege ich wieder nur ne scheiß Green Shell und wieso trifft mich in der Luft ein Bob-Omb genau als ob der so genau geworfen mir wurde ich glaub da hat jemand aimbot also itemglück kann man von mir jetzt nicht behaupten irgendwie keine Ahnung also Fong den ja natürlich kommt da doch genau der Blitz und ich kann nicht ausweichen wenn der Typ neben mir steht meine Fresse der neben mir dachte ich hier gerade schlapp dann mal kurz mit No-Skill Kugel Willi nochmal an allen vorbei so äh du waaat 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 du lakka ja das war jetzt Skill an letzter Minus natürlich nochmal hat man gesehen oh du bist nicht letzter gut gemacht du lakka damit danke ich mich fürs zuschauen bis zum nächsten Part und tschau tschau ja ganz random ja ganz random